So, heute zeigen wir euch, wie man aus Essstäbchen, SS-Stäbchen macht. Und dazu brauchen wir... Scheiße, es ist halb acht. Ja und? Ich mache Spieleabend mit Lara heute. Wir haben einen Spieleabend. Und der heißt Kumpel oder Neger. Der Kühlschrank ist voll mit Bier. Trinken Negerbier? Hey, ich habe es ihr versprochen. Okay, komm, ich male mich schwarz an und spreche in Dschungelsprache zu dir. Vielleicht machen wir ja dann was. 2, 4, 6, muss ich ziehen? Wirklich? Das war geschummelt. Das war geschummelt. Das war geschummelt. Du musst es dir erst mal wünschen. Die Leute sprechen so bei euch. Das ist eine Dschungelsprache. Für Völker, die nicht ganz so weit entwickelt sind wie ich. Und er natürlich auch. Kai. Was? Wir machen uns einen schönen Spieleabend. Ihr macht euch einen schönen Spieleabend. Hast du damit ein Problem? Kai, lass es. Was denn? Spielt ihr denn da? Kanackenpoker? Nein. Mau Mau. 7, 2, 10. Schwarz will ich nicht. Ich mache Musik an. Kai, machst du bitte die Musik leise? Warum? Sie hat schon gesagt es auch nicht. Sieg, heu. Sieg, heu. Sieg, heu. Was geht's noch? Was ist denn los, Mann? Was soll denn das? Du knallst in die Bühne vor der Knallen zu? Findest das lustig? Und du, Kuschelarm, findest du das lustig? Mann, Kai, lass es. Was soll ich denn lassen? Du weißt ganz genau, was ich meine, Mann. Ich habe jetzt nur meine Tochter. Ja, dann verpiss dich doch mit deiner Scheißtochter. Ja, vielleicht mache ich das auch. Ja, dann mache ich das auch. Mann, Kai. Was? Ich will doch keinen Stress, Mann. Ich... Äh, 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 was willst du? Du musst dich langsam mal entscheiden. Du Scheißnazi. Ja, richtig. Du bist ein Scheißnazi. Was ist? Scheißnazi. Kai, lass es. Halt deine Fresse, Mann! Du bist ein Scheißnazi. Ein beschissener Scheißnazi. Guck mich nicht so an, Mann! Fuck, ist es dir gar nicht, mich noch mal heimzugucken, du Scheißwichser! Du bist ein Scheißnazi. Ja, Mann! Ja, Mann! Du bist ein Scheißnazi. Ja, Mann! Mann! Musik Heute zeige ich euch, wie man das ganz normale S-Stäbchen, S-S-Stäbchen macht. Okay, also abonnieren, Mittelfinger oder Daumen, letztes Video, nächstes Video, haut rein, ich freue mich.